Vor dem Video möchte ich euch nur noch mal bekannt geben, dass wir Zeit auf meinem Kanal ein Griefer Games Giveaway gibt. Das Video dazu ist unten in der Beschreibung verlinkt. Es gibt coole Sachen wie zum Beispiel ein Enderdrachenei, Geld oder auch Banner zu gewinnen. Und dann verlose ich auch noch mal einen Goldrang auf dem topiamc.de Server. Das war es auch schon mit dem Pre-Intro. Viel Spaß noch mit dem Video. Und wenn ihr mich unterstützen wollt und der Teddy Army beitreten wollt, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Und jetzt auch viel Spaß mit dem Video. Einen flautigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video. Und zu einer weiteren Folge des Griefer Games Adventskalender. Und in dem heutigen Türchen ist etwas ganz anderes als in den anderen drin. Und zwar steht jetzt hier einmal Shop. Was bedeutet denn einmal Shop? Einmal Shop habe ich jetzt gemacht. Bedeutet, dass der, der zuerst MSG geschrieben hat oder vom Random Generator ausgesucht wurde. Je nachdem. Kann er sich eine Sache aus meinem Shop aussuchen? Okay Leute, ich habe heute sogar die Nachricht zweimal in den Chat geschrieben, weil der Chat so schnell hoch und runter ging. Und deswegen werden wir jetzt wieder den Random Generator anschmeißen. Und mal sehen, wer heute das Glück hat und aus meinem Shop etwas aussuchen darf. Da ist er ja. Oh, er ist da. Zu meinem zweiten Plot kommen kann und eine Sache sich aussuchen darf. Aber von den Bannern wird er sich... Moment. Den Z-Banner. Okay, dann komm mal mit. Dann habe ich für dich den hier im Lager noch. Würde ich mal denken. Ja, da habe ich den Z-Banner noch einmal. Dann würde ich sagen, dupliziere ich mir den hier auf legale Art und Weise. Und dann hast du dort deinen Banner bekommen. Danke. Bitteschön. Ich finde es immer so geil, wenn sich die Leute so richtig auf den Adventskalender, also was sie so kriegen, so richtig freuen beim Banner. Machst du gerade ein Video? Ja, zufälligerweise mache ich ein Video. Hi, YouTube. Okay, er schreibt Hi, YouTube. Okay, er hat einmal YouTube Hi gesagt. Und dann würde ich sagen, was das von dem heutigen Türchen ist. Es ging ein bisschen länger, aber dann würde ich sagen, was vom Video. Haut rein. Und ciao, Leute. , Leute. Untertitelung des ZDF, 2020